Das ist ein erheblicher Schritt in Richtung Normalität. Es wird wieder normal, auch für den Besucher in erster Linie. Er kann sich frei bewegen, er kann kommen und gehen, wann er möchte und für jedermann zugänglich, wenn man so will. Das ist wichtig, das ist Normalität. Die Osterbuise wurde letztes Jahr im Dezember schon geplant, ursprünglich mit einer 2G-Regelung, deswegen auch die Einrichtung dieser Einlasszelte, bei denen dann auch diese Kontrollen auch stattfinden können. Die sind jetzt da. Wir brauchen sie im Moment nicht, aber wer bei Fuß, sind sie da und wenn nachrüstet werden muss, dann haben wir schon mal die Einrichtung. Endlich mal wieder ohne Maske rumlaufen, Spaß haben mit Freunden. Wie ist das ohne Maske? Ungewohnt, befreiend, also fühlt sich einmal wieder gut an. Sehr schön, einfach mal so ein bisschen frei rumzulaufen. Echt schön, mal wieder die Leute auch mit den Gesichtern zu sehen, das lächeln. Und einfach trotzdem Abstand zu halten, auf jeden Fall.